läuft ja alles über die angst da sind wir bei dem thema und vor allem angst gemacht und das ganze system mit dem wir regiert werden und klein gehalten werden läuft über die angst läuft übers angst machen und wenn wir dann plötzlich entdecken dass menschen leben können ohne all das was uns täglich erzählt wird das wäre für die die uns im griff an eine katastrophe passiert dass das wir völlig irrationale ängste bekommen ängste vor allem was uns begegnet ängste vor allem was wir nicht kennen ja wir haben ja wir haben ja angst vor der natur man hat uns ja so weit davon weg gebracht dass wir vor allem in der natur angst haben da gibt es viren die uns angeblich krank machen da gibt es tiefe die die gegen uns sind als ob gott uns in einem auf einen kanäten gesetzt hätte wo alles drauf aus ist uns zu zerstören das ist irrsinn nicht mehr man baut sogenannte angstelementale auf das heißt indem ich den menschen immer dinge vorhalte die ihnen angst machen und ganz viele menschen da rein bringe an diese angst zu glauben also an dieses an diese gefahr nicht diese angst sondern diese gefahr zu glauben schüre ich im feinstofflichen bereich eine neue wesenheit die entsteht dort und die wirkt dann auch wieder auf uns das heißt man muss um uns in diese angst zu halten auch ständig mit diesen bildern wieder arbeiten und das geht ganz stark über die gefühlsebene man arbeitet da mit bildern die uns auf der gefühlsebene ansprechen und die sich dann im materiellen bereich materialisieren wollen wir an wenn ich mir nur dunkle dinge anschaue ich habe dann fühle ich im dunkeln und dann begegnet mir auch nur das dunkel ich angst angst stellt ja im menschen vieles an wenn ich angst habe bin ich habe ich gar nicht die möglichkeit eigene und kreative gedanken zu haben das heißt ich komme überhaupt nicht mehr geschäft auf und das will man auch mit aller gewalt verhindern deswegen werden uns auch ständig neue angstszenarien vorgestellt ja das ist richtig es gibt nichts stärkeres als den menschen selber und von allen spezies in diesem universum sind wir die mental stärkste wenn ich wenn ich ganz unten am tiefsten punkt war und habe diese erfahrung gemacht und komme dann wieder in meine kraft dann bin ich durch nichts mehr zu beeinflussen